Hey, meine lieben Schlafversuchenden Und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal SailorDream ASMR. Und heute haben wir schon den 18. Dezember und somit sind wir heute wieder an der Reihe, ein Päckchen auszupacken. Ich bin wieder genauso gespannt wie ihr. Und, ja, ich kann schon wieder kaum erwarten, das loszupacken. Hier sind auch wieder so schöne Herzchen drauf gemalt. Ich bin immer noch so erstaunt, wie viel Mühe sich die liebe Forest of Inspiration gemacht hat. Das ist richtig, richtig krass. Okay, ich bin gespannt. Ich mach's jetzt einfach mal auf. Ich versuch noch nicht zu loszupacken, bevor ich den Zettel nicht gelesen hab. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, es wird Zeit, kreativ zu werden. Schere und Kleber waren, wären gut. Wären gut. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh, was ist denn das? Das ist ein Bastelset. Alle benötigten Materialien enthalten. Oh, wie cool. Schaut mal. Das ist so ein Lebkuchen aus, was man basteln kann. Also aus Plaste. Oder Pappe. Wie cool ist das denn bitte? Da. Das ist ja mal cool. Das hab ich auch noch nie so gesehen. Also klar, ich kenn das mit Lebkuchen. Aber so der vor mir noch nicht. Das ist ja geil. Da sind ganz, ganz viele Sachen mit drin, die man dafür braucht. Wie krass. Erstmal kurz schauen. Okay. Das ist so ein Stecksystem. Aber ich denk mal, damit das halt richtig hält, soll ich Kleber und Schere noch mit benutzen. Das ist ja geil. Davon machen wir doch die Tage auf jeden Fall ein separates Video. Wo ich das aufbaue mit euch. Das ist ja cool. Ah, und hier haben wir die Sticker, die da drauf kommen. Das ist so, so niedlich, Leute. Wie cool. Oh, ich freu mich jetzt schon drauf, wenn wir das die Tage machen. Megasüß. Mega, mega cool. Oh, das klingt gut. Oh, das klingt gut. Okay. Okay. Das ist echt mega. Oh, was ist das? Ah, hier ist noch was Glitzerndes dabei. Oh ja. Oh ja. So schaut das aus. Richtig, richtig schön. Oh ja, das machen wir definitiv. Definitiv die Tage. Da habe ich richtig Bock drauf. Okay, ich packe das mal wieder hier rein. Und dann gibt es jetzt noch ein paar Crinker Sounds für euch. Okay. Jetzt kommt es mal zur Seite. So meine Lieben, ich hoffe, das heutige Video hat euch wieder genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall die Tage so ein separates Video mit diesem Lebkuchenhaus machen. Und das wird bestimmt mega, mega cool. Ich werde mich dann auch wie angeordnet mit Scherer und Kleber bewaffnen. Und dann rocken wir das Ding. Genau. Also, ich für meinen Teil wünsche euch eine gute, gute, gute Nacht. Denkt dran, morgen bei der Lieben Forest of Inspiration vorbeizuschauen, um zu sehen, was ich ihr in ihr Paket gepackt habe. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Und damit wünsche euch eine gute, gute Nacht.